Die SPD ist eigentlich der Gewinner der Europawahl. Kann man das so kurz und knapp zusammenfassen? Wir sind sehr positiv. Ich bin ganz zufrieden. Wir haben ungefähr so stark zugelegt wie im Bundestrend. Wir haben die CDU deutlich hinter uns gelassen und die Grünen sind nicht mehr ganz so weit vor uns. Ja, kann man sicherlich sagen, wenn man die Zugewinne anschaut. Wenn ich das richtig gesehen habe, in Deutschland weit fast 7 Prozent. So einen Zugewinn hatten wir noch nie in Deutschland. Da kann man sich durchaus als Gewinner bezeichnen. Auch in Freiburg ist die Tendenz eindeutig pro SPD gewesen. Auch da schneidet die SPD richtig gut ab. Wenn man sich die Zugewinne und Verluste der großen Parteien in Freiburg anschaut, CDU, Grüne und SPD, sind wir eindeutige Gewinner. Die Grünen sind sicherlich die Verlierer und die CDU verliert auch nochmal. So ist der Trend im Moment. Freut uns natürlich sehr. Das SPD-Wahlergebnis ist super. Wir haben zugelegt. Im Augenblick sind es etwa 6 Prozentpunkte, die wir in Freiburg draufgelegt haben. Auch die Wahlbeteiligung ist erheblich besser. In Baden-Württemberg haben wir gut zugelegt. Also wir sind rundum zufrieden heute.